hallo willkommen zu diesem neuen video jetzt habe ich hier einen neuen schenken zum öffnen ein schöner großer funke china balla schinken ja china bäller guckt euch das an einfach zu schön also schallabzeuge p1 diese 240 stück 40 päckchen ja das steht drauf und ja historische nachstellungen und braucht uns pflege zum beispiel den braucht tun vernünftige china bäller zu erleben wäre auch eine idee heute seite ich habe jetzt das cover erstmal im ganzen entfernt das kann man sich schön aufheben ist nämlich cool das backcover werde ich auch noch retten hier die schleife aufgemacht und hier hebe ich mir auch mal ein bildchen auf da sind sie die teile 1,1 gramm guckt euch das an mega cool mega cool so auf dem test ich denke da kann man ganz schön was erwarten was man aus 1,1 gramm schwarzpulver rausholen kann bei so einer verarbeitung und gleich für mich zu erinnern ist ja fliegel 4 4 5 4 ja wir haben hier so 800 108,9 und dann tschüss fürs nächsten video sind schon richtig geil